Weißt du noch damals? Wir hatten uns bestes Wetter bestellt und eine frühlingshafte Sonne beschien eine zerrüttete Welt. Die sprichwörtlichen dicken Bretter lagen vor unserer Tür. Tausende Kinder waren auf der Flucht und sie konnten nichts dafür. Corona, Bildungskrise und Krieg zwischen Ländern, es war die Zeit der drei Krisen, der prall gefüllten Kalender, der in Workshops rennenden Zeit und des instabilen Internets. Aber es war die Zeit zu handeln. Und diese Zeit war jetzt. Denn Drachen können nur fliegen, wenn Gegenwind weht. Es war die Zeit des Zusammenrückens, der Solidarität. Fast 90 Menschen saßen daheim vor dem Screen. Ein digital verbundenes Bildungschancenteam. Sie waren bereit, was zu bewegen. Denn wie es war, konnte es nicht bleiben. Sie wollten mehr Gerechtigkeit in die Bildungspläne schreiben. Denn durch ihre tägliche Erfahrung und vielen Studien war klar, dass es immer noch darauf ankommt, wo der Geburtsort der Eltern einmal war. Dass man das Sprechen vieler Sprachen nicht als Potenzial erkennt. Dass es viele Faktoren gibt, die man Transitionshemmnisse nennt. Und dass es leider darauf ankommt, wo sich die Schule verortet. Und wie viel Geld dafür noch da ist, damit man Schulkinder supportet. Wie viel Zeit dafür noch bleibt. Bei zwei Jobs pro Elternteil. Dabei sollen verschiedene Vergangenheiten nicht ins Gewicht fallen dürfen, weil in unserem System sollen Chancen gleich sein. Doch stattdessen sind immer noch mehr Abstiege als Aufstiege zu messen. Weil viele Konzepte ausgelegt sind. Als wären alle Kinder gleich. Doch jedes Kind ist für sich eigen und an Eigenheiten reich. Jedes Kind ist wie Konfetti. Tausend Farben in sich vereint. Bildung soll es nicht entfärben, sondern helfen, dass es scheint. Das kann man am gestiegenen Förderbedarf bei den SchülerInnen ablesen. Inklusion ist ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen, weil es für alle Kinder Wege für das Leben geben muss. Gerade für Kinder mit Förderschul oder ohne Schulabschluss. Und darum trafen sie zusammen, um gemeinsam zu besprechen, wie sie die dicken Bretter vor den Türen im Landkreis Peine durchbrechen. Damit Kinder gern zur Schule gehen und keine Hürde den Weg verstellt. Denn nur so erlangen sie den Schlüssel zum Eintritt in die Welt. Doch Schulabsentismus ist ein wachsendes Problem. Wenn Kinder aus verschiedenen Gründen nicht zur Schule gehen, muss man Schule als Ort gestalten, um Sicherheit zu geben, den Stress daheim vergessen und Rituale zu erleben. Wir müssen Schule als einen sozialen Ort begreifen, wo Kinder nicht nur lernen, sondern zu echter Größe reifen. Wo ein Chor aus vielen Akteuren sich für jedes Kind abstimmt und auch das Kind Verantwortung lernt und in der Schule mitbestimmt. Wo man Kinder nach der Meinung für ihre Zukunftsthemen fragt und auf Eltern offen zugeht, statt ihre Abstinenz beklagt. Und wir müssen zwischen Bildungspartnern das Wissen austauschen, uns an den Erfahrungen und Kompetenzen der anderen berauschen, damit man von vielen Seiten auf die Lebenswege sieht. Gerade wenn der Übergang von der Grundschule geschieht. Sie erörterten die Wege, wie man sich weiter vernetzt und ohne, dass man dabei Datenschutzrichtlinien verletzt. Sie stärkten sich als Netzwerk, um lose Enden zu verbinden, damit die Kinder in der Bildungslandschaft ihre Wege finden. Das Kooperationsklima im Landkreis wurde nicht nur digital gestärkt. Es entstanden Synergien, die man überall bemerkt. Sie wollten Eltern verstärkt, als Akteure einbeziehen. Denn nur wenn alle helfen, kriegen Kinder Flügel verliehen. Und dann war es fast 18 Uhr. Draußen war noch etwas Licht. Zusammenfassung, Fazit und ein kleines Schlussgedicht. Dann verließen sie das Meeting. Die Computer gingen aus. Mit müden Bildschirmaugen sah man in die Welt hinaus. Man stand auf vom warmen Stuhl. Und der Kreislauf sucht Balance. Morgen ist wieder ein Tag und somit eine neue Chance. Nichts passiert von heute auf morgen. Es ist alles ein Prozess. Und wenn man sich von drei Krisen nicht davon abhalten lässt und gegen alle Widerstände so eine Konferenz durchsetzt, da hat man genau die richtige Power. Genau das brauchen wir jetzt. Dies war ein schöner Tag mit allen, die auf einer Reise sind. Auf einem Weg mit vielen Zielen, der jeden Tag wieder beginnt.